Ja, auf jeden Fall sind die ersten Eindrücke sehr gut. Wir trainieren hart, hatten jetzt auch ein Testspiel und kommen alle gut in die Mannschaft rein, verstehen uns gut und haben eine super Zeit auf jeden Fall. Ja, definitiv. Das haben wir auch erwartet vom Drittligisten, dass er sehr körperlich auftritt. Ich denke mal, wir haben das gut gemeistert. Sind natürlich alle ein bisschen kaputt, haben ein bisschen schwere Weine nach den Tagen, aber ich denke mal, das ist völlig normal und haben die ersten zweimal 30 Minuten gut absolviert und ich denke mal, dass wir darauf aufbauen können. Ja, wir haben viel Arbeit vor uns. Gerade in der Vorbereitung müssen wir extrem viele neue Sachen auch lernen vom neuen Coach. Deswegen war es auch dementsprechend anstrengende Trainingswoche bis jetzt mit immer doppelt Training und haben viele Inhalte versucht zu trainieren. Ja, also ich habe Druck auf den Torwart gegeben, der hat einen langen Ball gespielt. Der Jonas macht einen super Zweikampf, gewinnt dadurch den Ball. Luca hat ein gutes 1 gegen 1, geht vorbei, spielt mit dem Ball in der Mitte und ich muss den Ball aus. Wenige Meter nur noch über die Linie drücken. Der Jonas macht den Ball. Untertitelung des ZDF, 2020